Herzlich Willkommen im Verkehrszentrum Tucken, dem Treffpunkt in der Region, wenn es um sicheres und professionelles Fahren geht. Unsere Ausbilder vermitteln den Lehrstoff einfach und eingängig. Spezialisiert sind wir vor allem auf die WAP 1 und 2 Kurse, welche seit dem 1. Dezember 2005 obligatorisch sind. Mehrere tausend zufriedene Kunden haben sie schon absolviert. Das Verkehrszentrum Tucken gehört zu den modernsten Trainingszentren der Schweiz und garantiert eine optimale und gefahrlose Ausbildung auf hohem Niveau für PW-Lenker, Motorrad- und LKW-Fahrer. Wir bieten den richtigen Übungskurs für alle. Ob Neulenker oder erfahrener Fahrer, bei uns lernen Sie immer dazu. Bei der Bremsanlage in Tucken beschreiten wir ganz neue Wege. Ein berührungsloses Mess-, Signalisierungs- und Simulationssystem eröffnet eine Vielzahl neuer Möglichkeiten in der modernen Verkehrsschulung und im Fahrtraining. Wie Sie sehen, wir haben so einiges zu bieten. Das Verkehrszentrum Tucken. Mit Sicherheit besser fahren. Das Verkehrszentrum T Convenen. Das Verkehrszentrumlara.